Auf Achtung wir sind links vom Sportplatz, nicht auf dem Schießen Drecki, troffen muss mich nicht engagieren Liegt einer, doch, geh zurück Ach, scherzstein Käff Auf, bravo hier, da liegt definitiv unser Zielort Drecki, geht's wieder? Ja Okay, Fremur, siehst du noch was? Positiv, da liegt noch einer Ja, negativ, der ist tot Ja, sauber Okay, bleiben da, kleines Heus hier noch checken Oh, dock nicht ins Haus Haus steht unter Beschuss Und wo? Äh, geschätzt Richtung Norden Hier schließe ich Sani! Okay, Fremur Ja Das sind wirkern Adweer, fahr ab in den Hunter, eliminiert das Arschloch Verstanden Nein, ich will doch jetzt Schütze Fuck Äh, Aufrufe, bravo, unser Mann geht gerade in den Hunter rein Nicht schießen, hat den Hunter besetzt mit der MG Okay So, wir werden erstmal ruhig So, wir schauen Information Hunter voll funktionstüchtig Geh, wunderbar, dann geh schon Wunderbar, dann geh schon Geh up! Dein Fahrer ist da. Sehr schön. Wo möchtest du hin? Gute Frage. Von hier aus eigentlich ne relativ gute Sicht grad. HQ für Alpha, bitte komm. HQ hört. Wir haben unsere Fahrzeuge gefunden. Hemmert müssen noch überprüft werden. Ein Hunter funktionssüchtig, bewaffnet in einer und vor allem nicht fahrtüchtig. Was ist denn hier mit dem Pickup? Er hat auch ein MEG oben drauf. Ja, sehe ich aber nicht ob der funktionssüchtig ist. Hemmert auch funktionssüchtig. Können die Fahrzeuge zurück zur Basis bringen. Doch, guck doch mal, da ist das Pickup. Der hat doch ein MEG oben drauf. Vielleicht geht der noch. Ja, und? Besser wie nur mit einer MEG durch die Gegend zu fahren. Ja, mal gucken. Wir haben ja noch andere Fahrzeuge dann, wo wir unsere haben. Aber bis dahin können wir den nutzen, ja. Ähm, Jackie, wie sieht's aus? Fährst du noch bis zur Basis oder klingst du dich schon früher aus? Nee, Basis-Schweichner. Wunderbar. Ich krieg langsam mit drehwurm hier oben. Braucht aber einen, der mir die Karte liegt. Ja, ich komm gleich rein. Hast du Thermala? Lazeus hat sich grad verabschiedet. Ah, hab ich gesehen. User in Ihrem Channel, time out. Ähm, Dock6? Äh, ich bin grad rausgeflogen, als ich... Naja, mein armer schwack drum. Ähm, man fliegt zurück mit dem Heli. Ich hab keine Ahnung, was Jonah vorhatte. Hä? Wieso? Wieso unsere Aufgabe war... Ja, dann... Warten zurück. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja... Macht euch da nicht allzu mehr zu viel Kummer. Wir haben auf die Uhr. Wir haben halb elf. Ich weiß nicht, was er vorhat. Und scheinbar das Erreichen davon reicht ja... Keine Ahnung. Er hat mir nix nur weiter gesagt. So entweder ihr erfahrt das Ding zurück, was ewig lange dauert, oder ihr fliegt ab mit dem Heli zurück und das Ding ist dabei. Über euch überlassen. Ja? Nö, ihr habt doch einen Heli da, oder? Fireball ist da unterwegs. Ah ja, dann... Benimmt doch Fireball sein. Ja, und wo ist der? Fireball ist sogar nicht da. Ich seh kein Heli. Ich seh auch kein Fireball im... äh... im Spiek. Okay. Dann... Schau mal halt. Alpha, Bravo, seid ihr komplett abgesessen? Bravo, seid ihr auf? Fahr bereit? Ja, Bravo, ready. Wunderbar. Hunter voraus, Helm in der Mitte und pick-up ganz hinten. Fahr erst mal zu unserem Fahrzeug. Roger. Okay. Go. Ähm... Fahr mal nach vorne... Wo komm ich hier raus? Durch die kleine Tüler? Ja. Ja. Naja, durch die nicht. Checky, hinter dir. Ich wollt grad sagen. Durch die nicht, hinter dir. Achtung! Hier rüber? Ja, und fahr da gleich links an der Straße. Geradeaus durch. Checky. Oder geradeaus, ja. Also, nicht durch... Rechts, 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 rechts. Nee, nicht durch die Wand. So meinte ich das nicht. Da links ist doch frei gewesen. Naja, egal. Ach, Checky wird schon. Du hast gesagt, da durch. Bin ich. So, jetzt da vorne rechts. So, dann holst er vorbei. Geradeaus. Dann rechts auf die Hauptstraße. Hier rechts. So, wenn du das Fahrzeug auf... Äh, wenn du die Kalorie aufgetragen hast, den Scheiß haben. Helikopter. Machst du'n du? Helikopter. Ja, ich hab' ja gar'n... Äh... Held auf mit diesem Problem. Moment. Mark in der Luft. Ja, äh... Checky, das ist nicht schändlich. Ich kann ja... Ich hab' ja ein Problem mit der Steuerung. Keine Ahnung, wer der Hunter fährt. Da wird's betrunken. Doc, hast gehört. Da ist unsere Mitfluggelegenheit. Hunter... äh... Mohawk auf 1,60. Okay, alle aussteigen. Wir werden zurückgeflogen. Sie wissen, wie wissen wir... dem Fahrer allan. Na? Permover der Fahrer... Negativ. Nein. Das ist der erste Match. Ich hatte hier... Probleme... mit dem Umschalten. Strom Stracke... hat irgendwie dann... noch du Fahrzeugsteuerung übernommen. Das funktioniert ja nicht mehr. Neeee... Ah, geht doch. Eigentlich können wir den Händler noch dranhängen, ne? Braucht du noch was? Ich freue mich. Brau-Fahrer und Umsicherung, bitte. Danke. So, und dieses Mal wird du Bescheid sagen. Ah, Merde ist alles. Ich schofe dich klar zur Kontra. Na, seht ihr. Ah, das ist doch vor. Äh, Druck zum Sportplatz. Ist doch klar. Ich schreibe jetzt alles zum Sportplatz. Braucht du noch irgendwas? Ich muss doch da nicht schon so heiße Fracht stehen. Hallo, äh, Permo, Checky. Checky drin. Sind alle drin? Permo, wo bleibst du? Ist im Hunter. Was soll denn der Scheiße haben? Titi hier. Permo. Jaaa. 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 Ich hab den Hemd vor uns gefahren, der kann noch angehangen werden. Bierstübel? Bierstübel? Bierstübel drin. Okay, wunderbar. Ich will doch wieder aussteigen. Checky halt die Schnurz. Ich sitz gegenüber. Wund jeder. Wer ist denn? Der hat mal mit dem Toiletten. Der hat mal mit dem Toiletten. Der ist auch vollzählig. Wir sind alle drin. Wir sind alle drin. Fireball, bist du Pilot? Was passiert mit dem Hemd? Den kannst du anhängen, wenn du es schaffst. Also geh auf die Fireball. Ja. Warum nicht? Ja. Auf die Zähne kannst du anhängen. Ansonsten liegen lassen. Egal. Kurze Aufklärung. I have to let him in the theater. Nope. Bitte hinten raus. Scheiße ist drauf. Ja. Scheiße ist drauf. Die bringen sie raus. Der hängt. Sieht man doch. Hängt der? Ja. Der hängt. Ja. Der hängt. Er ist dran. Ja. 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 Wenn du dich wieder runter ziehst, komm jetzt hier. Gib Gas. Was für Gewichte. Wir sehen die Rakete, komm jetzt.